Ach du Schande Ist das nicht der Anfang? Jaja, wir haben nochmal so'n Küchen-Fun Captain Steak is Fun World 2 Ähm... Live 4, das ist doch ein bisschen doof, oder? Ach, das war dieses Deathmatch, glaub ich, ne? Ja, ich glaub... Du kannst bei Leben keine Anzahl machen, dann... Ach so, ja, ne, dann müssen wir das so lassen, wie's ist Ja, reicht ja Ja Das passiert, das passiert Danke Was? Moni, komm, wir arbeiten zusammen Warum haben wir denn... Bring nix, das hat er beide draußen, aber Ihr beiden wieder, weißt du? Höh! Ruhig die Säge Höh, ich find mir gar nix, ciao Komm, hab ich dir grad die Füße abgehackt? Nein Ich bin tot Was liegt denn da? Thomas, was machst du denn da hinten? Geht dich gar nix an Wieso haust du denn hier ab? Nein Komm, bleib bei dir Hey! 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 Au! Auf meinem Lämpel! Au! Au! Hahahaha! Brems hier! Brems hier! Brems hier! Ich bin in Sicherheit Hey, du gibst zwei Sägearten, ne? Inwiefern? Du kannst auf zwei verschiedene Arten sägen Alter! Ich glaub einmal rechts links und einmal hoch runter, oder? Irgendwie so Ah! Ah ja, doch tatsächlich Du wirst noch so mit der Blau geht Boah! Alter! Was macht ihr da drüben? Warum kämpft berglich gegen... Wie's leckt? Ich hab meinen Kopf in die Säure geworfen Warte mal, wir müssen aufhören Was gegen Sadi zu bekämpfen? Der Tom da hinten ist ja auch Ne, mach dir mal! Mach dir mal! Was macht ihr denn? Die Punkte! Ja, aber... Au! Katja, du bist gesteuert Was passiert? Oh Gott! Ich bin runtergefallen Ich bin... Bin ich da nix für? Doch! Alter! Aber es funktioniert! Du bist aber bis rüber gekommen Wo ist er denn jetzt? Weg! Da hinten! Wo denn? Ey! Ah! 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 Was denn? Hau ab! Ich hau dir einer auf die Mütze! Ah! Der ist nicht da! Hä? Wo ist er? Der ist nicht da! Gott, du blöd! Der ist nicht da! Der ist nicht da! Der ist nicht da! Und man kriegt ihn nicht! Jawohl! Wo ist der denn? Oh, jetzt bin ich auch... Wo bin ich? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin wieder in mein Haus! Warte mal! Ah! 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 Das wäre wie so ne Kanone! Ich pack dich da raus! Ich merk das schon! Ey! Ich bin wieder in mein Haus! Komm her! Oh! Ich bin so nehm! Scheiße! Hi! Nö! Ey! Oh, scheiße! Ich konnte mal nochmal das alles nehmen! Äh, mit E! Mit E! Mit E! Hey! Lauf doch mal! Ja! Oh, Alter! Der ist so ein mieser Camper, weißt du? Ja, ja! Diese Spawn-Kills! Ja, wirklich! Ja, komm doch her! Ich bin tot! Wer ist da hinten? Ach, die Nurse! Die Nurse! Ich bin tot! Hab ich den ganz vergessen? Oh, komm! Ja! Okay, komm ich vorbei! Der hat gut funktioniert, Daniel! Hä? Moni hat gewonnen! Ah! Ich glaub nicht du da! Moni! Hallo, komm! Anders rum! Andere Richtung! Ich muss gewonnen! Was denn? Ich muss doch ins Ziel! Ich muss doch ins Ziel! Zeit ist aus! Nein, Moni! Ihr habt mich nervös gemacht! Ich wusste nicht, was ich mache! Ich hab doch gar nicht mehr drauf geachtet! Die Arme, Mensch! Egal! No wish, no fine, Mensch! Ich bin halt ein Teamplayer! Wenn ihr alle sterbt, muss ich auch sterben! Yay! Oh Gott! Sollen wir 22 leben lassen, oder? Yes, we can! Yes, we can! Let's go! Machen wir 30, komm! Ich bin hier um zu lenken, nicht um zu denken! Stimmt! Ah! 10 Minuten habt ihr's recht! Oh mein Gott! Die 10 Minuten reichen bestimmt nicht! Entschuldig! Locker! Oh! So wird's gemacht! Iiii! 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 Alter! Ach, ihr wart auch wieder am anfangen! Ist ja toll! Ja Gott! Oh! Oh! Der Argi blieb immer übrig! Scheiße! Hey, hat funktioniert! Ich hab' ich vorschlagen lassen! All! Juhu! Lalalalala! Lalalalala! Oh, das lag bei mir! Oh, oh! Es lag wieder, ja! Schon wieder? Jetzt geht's wieder! Jetzt nicht mehr! Uiii! Wie seid ihr dran vorbeigekommen? Wie der einfach durchläuft! Au! Au! Oh, die hat mich zurückgescheuert! Haha! Oh Gott! Ich hab' das einfach mal nicht kann! Drei, zwei, eins! Los! Lauf! Heißer! Hm, das war aber nicht! Meinst du mich? Nö! Nicht! Oh geil! Ja! Äh, ich wollte doch gar nicht haben! Ach! Tom, ich bleib dir auf den Fersen! Was? 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 So! Was?! Was?! Diese einfach mal brutalst alle Mann wechseln. Oh. Ja, ich bin noch hinten. So. Oh Gott. Da komm ich doch nie und nimmer durch. Au. Scheibengeister. Au. Nein, einfach rum. Katta. Was denn? Da kommst du als Kopf nicht lang. Doch, hätte funktioniert. Oh kacke, ich hab auch nicht funktioniert. Siehste, hätte funktioniert. Ja. Hi. Wie habt ihr denn hier die Stelle geschafft? Welche was? Welche Stelle? Wieso rennt meine jetzt so komisch? Oh. Oh. Au. Au. Ehrlich jetzt. Ich komm hier nicht durch. Wo denn? Was denn? Bei den drei Bahnen. Mit Messersinn. Da musst du links und rechts hin und her springen. Ja. Oder du rollst mit dem Kopf einfach. Ja. Mit dem Kopf. So, ja. Ehrlich? Oh. Nein! Ich bin nicht gesprungen. Au. Ich war schon auf der Endplattform. Natürlich mies. Und dann springt der nicht. Au. Naja, jetzt springt gar nichts mehr. Au. Au. Hey, wo muss ich denn jetzt hier? Jo. Da dann. Ah, hi. Lauf. Äh, Leute. Mach ich nicht. Ich bin aber noch einer. Da freu ich nicht. Oh. Oh. Und weg. Wie ihr hier einfach durchrennt. Hallo. Au. Au. Ich hab euch ja eingeholt. Ja. Oh, ist nicht dein Ernst? Der letzte Hammer. Ey. Echt jetzt? Krabbel weiter, du hast noch gestumpen. Alter. Uh. Nein. Warum? Warum? Verdammt. Die einfachste Wege nicht lang. Au. Ja. Und ihr so? Hm? 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 Was ist das? Moni, nein! Du musst es zumindest nicht mehr hierher laufen. Hat ja ewig gedauert. Ja, ich bin noch unterwegs. Moni, warte mal. Geh mal da hoch auf die Plattform. Hinter dir. Da hoch. Nee, da oben. Da oben ist ein Spurmpunkt. Ach. Dann musst du nicht jedes Mal noch mal laufen. Ja, stimmt. Da oben. Ja. Dann musst du nicht immer wieder das ganze Stück machen. Hup! Seid ihr aber freundlich. Ich mach nichts. Was? Ich bin eben. Hat sie denn noch? Wir haben... Ach so. Äh. 21, glaub. Werf deinen Kopf, werf deinen Kopf, Moni. Müsstest du doch so schaffen, oder? Äh, äh, linke Maustaste musst du loslassen, Marc? Ähm, linke Maustaste Kopf und rechte werfen. Andersrum. Nee, rechte werfen. Andersrum. Andersrum. Ja, 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 ja. Mann, wo die... Äh, 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 äh. Ich kann nicht an diesen Scheiß-Drei-Wahn da vorbei wo die Messer waren, oah. Alter musst du links, rechts immer wechseln. Äh, Gott. Das war doch übrigens ein leichtes Level, ne? Ja, jetzt kommt nämlich Remembered Hans. Na dann. Mhm. Ich hasse Hans. Ich mag ihn auch nicht. Aber die Zeit mit sieben Minuten ist, ähm... Äntzchen klein ging allein besser. Ja. Ich glaub, die reicht nicht. Ja. Ich hab mal auf 10 hochgeschraubt. Das könnte schon realistischer werden. Das ist die Map, wo ich denk. Ach, ich weiß es nicht. Mit dem Hühnchen nachher? Nee. Nein, ist sie nicht. Gut. Oh, Gott. Boxt ihr euch. Oh, ciao. Ich bleib auch noch stehen. Im Messer bleib ich stehen, weißt du? Och, ja. Wo muss ich denn lang? Zack. Warum mach ich mir eigentlich grad die müde hochspittern, wenn sowieso jemand hochklettert? Ach, egal. Ja. Ja, weil zwei ja hoch müssen. Müssen? Ja. Ah, stimmt. Nein. Wir müssen doch nicht. Wie war das denn jetzt nochmal? Wir müssen da hoch, wa? Ja, da war's nicht jemand. Oder? Wir brauchen ja die Flüche. Nee, ich glaub, einer muss da nur hoch. Ja, aber wir kommen ja sonst nicht rüber. Natürlich. Wie denn? Wir sind doch auch schon drüben. Na, den Kopf wirft. Und du meinst, das schaffen wir? Ja. Oh ne, klapp. Ganz weit nach vorne und dann... Okay. Okay. Oh Gott. Lauf. Hup. Ich verkleide mein Leben nicht. Ahhhh. Oh nein. Ähm. Das ist wie die zwei schon wieder ganz vorne sind. Ja, ja. Das ist wie die zwei schon wieder ganz hinten sind. Ja, ja. Ja. Au. Oh Gott, das ist das Level. Welches? Ach, musst du schon sehen. Das, wo wir rausgeklitscht sind? Der Frank und ich? Nee, du und ich. Nein, 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 nein. Nein! Moni ducken. Oh, das ist auch. Wirst du schon noch sehen. Ah! Oh! Ich geb mal alle Vokale. Hab ich's wieder geschafft. Oh, das war das mit dem Hammer. Erster. Oh, wo muss ich denn hier? Ciao, Cutter! Ciao! Ich bin schon durch, übrigens. Am Ziel? Oh, ja. Was? Ah! Ihr könnt euch mit dem Hammer rüberschlagen lassen. Naja, aber richtig treffen. Oh! Nein! Oh! 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 Ey! Wer macht das? Ihr Dreckstirber! Ne, Cutter, du musst hochspringen ein Stück. Hä? Wo bin ich? Oh! Bist du irgendwo hinten? Da kommst du nicht mehr hoch. So ein Problem hatte ich da auch. Das ist nämlich links zwischen den Messern und den Sägen. Ist auch so die kleine Plattform. Du kommst aber nicht mehr hoch. So ein Problem hatte ich auch. Oh! Oh! Ne, ne! Das war... Das war nicht der richtige Ring. Oh! Schon wieder? Ich bin mal nicht die Letzte, alter Cutter! Du kommst uns auch geduckt relativ früh unter den Messern durch, ne? Alter! Du denkst dir übelst frischer ein! Was ist jetzt los? Du bist nur... Alter, dieser ist scheiße! Ja, der ist aus der Map gefallen. Was machst du? Nein, das ist schon wieder Engine-Fehler. Ehrlich? Ja, Unreal. Pierfehler. Pipapo bla bla. Kannst du Enter zurück? Nein, ich bin ja komplett rausgeflogen. Ich muss hier den Fehlermeldung reporten und dann muss ich wieder ins Spiel rein. Ach so eine Scheiße. Und ich bin mal nicht die Letzte gewesen. Warum, Cutter? Weiß es nicht! Wahrscheinlich immer, wenn die Letzte wird... Oh, raus! Alte 4! Ja, genau! Ach! Aus Versehen! Mensch! Ich hab ne Video! Ich hab ne Video! Unreal Engine Fehler! Ich hab ne Videobeweis! 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 Oh, ich bin letzter Alte 4! Da editiert sie nachher irgendwas rein! Oh ja! So ein Bildschirm! Irgendwo so ein Screenshot abfotografiert! So ein Bildschirm vom Monitor! Ja! So ganz billig mit Paint ausgeschnitten! Ich wollte nur sagen, in Paint angemalt! Du hast mit dem Handy so vom Bildschirm abfotografiert, dass du noch Striche siehst! Boah, Alter! In was für der Zeit leben wir denn? Warum nicht? Du siehst ja noch im Hintergrund irgendjemand völlig anderes sitzen! Ja! Die Spiegelung aus dem Bildschirm raus! Na Gott sei Dank hab ich keine Facecam-Aufnahme! Aber woanders schonmal! Oh! Stimmt! Oh! Bei dem Pen geschrieben, Unreal-Fehler mit einem Haus! Oh! Der ist so gemein zu mir! Der ist heute sehr, sehr liebevoll! Das ist immer so gemein, wirklich! Ich bin ein hoch liebevoller Mensch! Jaja, das hören wir! Ah, Mann! Oh! Ich bin der Letzte! Alter 4! Wie so ein Curry, ne? Oh, was? Was? Ja, Kevin! Das sind Marcy und Dodo! Ja! Der ist so gemein, ey! Ich bin lieb, nett, freundlich, zuvorkommend! Aber Marcy und Dodo ist bloß einer! Marcy und Dodo! Ach ne, jetzt sinds zwei! Wer ist Marcy und Dodo? Nett! Die jetzt schon wieder weg sind! Na Kada, wie siehts aus? Ja! Ja, warte! Burn baby, burn dududu! Sollen wir das nochmal machen, oder sollen wir das Level überspringen? Hallo, ich hab's geschafft! Das müssen wir nicht nochmal machen! Toll, danke! Ha, 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 ha! Begal! Ich bin vielleicht immer so fremde Server einzulocken, aber ich krieg die Passwort nie raus! Ohhhh! Server steht übrigens! Jo! Ah! Ach, warte, ich will einen anderen Körper, da gefällt mir nicht mehr! Ach ne, das ist ja wie eine Deathmatch, da lassen wir dir fünf Punkte! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Ich hab's ne Idee! Spastische Fehler! Äh, äh, äh! Habt du was gegen Behinderte? Ich klatsch! Ich klatsch! Ich freue mich einfach! Ach, kein Spielhausten, Depp. Die Zunge, Katja. Der Unterkippe, der fehlte so übel. Oh ja, Dani, das sieht jetzt schicker aus, oder? Ja. Dein Jemand-Kostüm hier. Du darfst ein Stück, Dani. Ach, Quatsch, das muss er sein. Aber schicker Hausschuhe habt ihr an. Ach, sieh, sieh. So. Die sind so süß, die waren hier so schön. Den wollen wir machen. Fünf Leben. Fünf! Ich ja, ich ja das Match. Ach so. Ach so. Ach, wisst ihr? Der hat ja schon groß geschoben. Ja, hier schon alle sterben. Was? Eigentlich spiel ich den unten statt, dass wir fallen uns hier oben. Oh. Komm her! Nein! Nee, ich gar... Ups. Au! Du hast mir die Ripp gepackst! Mach mich gar nicht! Nein! Doch! Ey! In die Rippen sind in mich reingelaufen. Ey! Ah! Ciao! Fuck! Lebst du noch? Du lebst noch! Hahaha! Was seid ihr denn? Was macht ihr denn? Was ist hier los? Ich lasse mich! Du, was haben wir denn hier so schönes? Nee! Oh fuck! Ernsthaft? Was war das für Geräusch? Was war das für Geräusch? Kannst du mal? Was? Was? Was denn? Äh Moni! Ey! Kann er! Du! Äh! Kann nicht sein! Ey Moni weg da! Ist das dein Ernst, Dani? War das jetzt dein scheiß fucking Ernst? Ey! Du! Oh geil! Ich wusste gar nicht, ob das geht! Moni fällt ganz runter! Du kannst das Hütchen in der Hand kaputt machen! Was? Wenn jemand ein Hütchen in der Hand hat, das kannst du kaputt schlagen! Nein! Ja! Und das hat er jetzt zwei Mal gemacht! Das habe ich gerade erst bemerkt! So! Jetzt! Ich lebe! Sani, ciao! Ich lebe! Wie kann man hier mit Zeug schmeißen? Oh! Ah ja! Ach! Ach! Du kriegst mich nie! Dein Dreck kommt da! Doch! Und dann schießt man dir ins Knie! Ich komme nicht auf meinen Körper! Bitte! Halt da! Kann man hier nur begrenzt mit Zeug schmeißen? Nee! Nee! Aber die Pflanzen halt nur! Ah nein! Nicht! Ciao! Wammt! Hätte reichen können! Komm doch! Komm doch! Was ist denn? Ja! Wieso ihn da hochkommt? Keine Ahnung! Was ist denn was einfallen? Was heißt hier Scheiße? Ja komm! Viel zu wenig Stühle! Oh! Stopp! Tschüss! Was ist das eigentlich mit dem Herzchen? Lani! Ja? Du hast deinen Dildo da oben vergessen! Huch! Der liegt hier! Ich hab die gerade selbst getötet! Das ist schön! Wie viel Leben hast du denn noch? Das sag ich dir nicht! Wie viel Leben hast du denn noch? Sag ich dir nicht klar! Jetzt eins wenig noch! Huch! Müsste es doch jetzt auch raus sein! Oder? Huch! Kommt der Block hier! Aber ich hab die Idee! Warte mal! Kann ich mein... Huh! Was war das? Was ist das denn? Was war das? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Was war das? Was war das? Warum kommen denn hier keine Stühle? Das war meine Rache! Das war ich halt geil! Was war das denn? Was war das denn? Aber es sah auf jeden Fall gut aus! Ich wollt eigentlich gucken, ob ich meinen Kopf über die Barrikade schmeißen kann! Jawoll! Ich wollt eigentlich schauen, ob ich meinen Kopf über die Barrikade schmeißen kann! Aber das war wohl nichts! Toll! Ei, aber Daniel, das war gut! Hä? Aber was war das? Aber was hab ich da weggefickt? Das war gut, ne? Das war ich als Geist! Mit dem Block über die? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht!